Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um die Anleitung zu dem Kartenspiel Rebel Princess. Es ist ein Stichspiel, genau richtig gehört, wir von der Brettspielrunde lieben ja Stichspiele und wir haben uns gleich was Neues organisiert. Das ist das neue Kartenspiel von Wonderbow. Circa 40 Minuten, 3 bis 6 Spiele, also schön große Runden und ab 8 Jahre. Worum geht's bei dem Spiel? Wir schlüpfen in eine Märchenprinzessinrolle. Es gibt ganz viele, jeder von uns bekommt eine, die hat auch eine Spezialfähigkeit. Jeder von uns bekommt Handkarten auf die Hand und wir spielen 5 Runden. Und in diesen 5 Runden decken wir 5 von diesen runden Karten auf. Davon gibt es sehr viele und die verändern die Runde noch einmal. Sprich, so ist jede Runde auf jeden Fall anders. Was wir nicht haben wollen, sind Heiratsanträge, denn die Prinzen kommen und wollen uns Heiratsanträge machen. Das sind hier bestimmte Karten, die sehen zum Beispiel so aus. Die wollen wir nicht in unserem Stich haben, denn die bringen uns Minuspunkte. Genauso wie den Frosch, der bringt uns sage und schreibe 5 Minuspunkte. Und nach 5 Runden wollen wir möglichst wenig Heiratsanträge haben, dementsprechend möglichst wenig Punkte. Und wer das dann am besten macht, der gewinnt Rebel Princess. Noch mal kurz zu den Stichkarten. Insgesamt haben wir davon 48, jeweils von 1 bis 12 und das in 4 Farben. Wie immer bekommt ihr hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf. Kurz und knackig. Sucht ihr weitere Anleitungen, schaut hier oben in die Infobox. Habt ihr Fragen jetzt oder später im Video? Ab unten in die Kommentare. Versuche euch schnellstmöglich zu helfen. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Auf geht's! Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Als allererstes bereiten wir das Deck vor. Wir haben, wie schon erwähnt, vier unterschiedliche Farben. Königinnen, Fäen, Tiere und Prinzen. Je nach Spieleanzahl müssen wir das Deck vorbereiten. Sind wir zu dritt, müssen wir die Einer, Elfer und Zwölfer aus jeder Sorte raussortieren. Sind wir zu viert oder zu fünft, müssen wir jeweils nur die Elfer und Zwölfer raussortieren. Und sollten wir zu sechst sein, benutzen wir alle Karten. Dann mischen wir sie ordentlich und verteilen sie gleichmäßig unter allen Mitspielenden. In unserem Fall für vier Spieler. Die bilden jetzt unsere Hand. Jetzt wählt jeder eine Prinzessin aus. Die haben komplett individuelle Fähigkeiten, die du einsetzen kannst. Entweder sucht ihr euch reihum die aus. Oder ihr macht es zufällig. Oder sollte es die allererste Partie sein, empfiehlt das Spiel einfach die Prinzessin erstmal wegzulassen, um den Spielablauf besser kennenzulernen. In unserem Fall sucht sich jeder jetzt eine Prinzessin aus. Der Rest kommt in die Schachtel. Jetzt kommen wir zur Partyplanung. Dazu mischen wir die 21 Rundenkarten und wählen davon fünf zufällige Karten aus und platzieren sie hier in eine Reihe. Ihr könnt aber auch diese fünf Karten frei wählen. Aber fürs allererste Spiel werden diese fünf Karten empfohlen. A. Es war einmal, C. Maskenball, B. Einladung, D. Königliches Dekret und M. Hochzeitsgeschenk. Runde 1, 2, 3, 4 und 5. Dann legen wir noch den Wertungsblock bereit und Startspieler wird, wer zuletzt auf einer Hochzeit war. Wenn das nicht gegeben ist, dann zum Beispiel zufällig. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Rebel Princess spielen wir über fünf Runden. Zu Beginn jeder Runde deckt ihr die aktuelle Rundenkarte auf und lest sie laut vor. Es war einmal ohne zusätzliche Regeln. Davon gibt es 21 Stück. Sie sind sehr gut auf der Karte beschrieben. Habt ihr dennoch Fragen und Anregungen? Ab unten in die Kommentare oder schaut in die Anleitung. Jede Rundenkarte löst gegebenenfalls einen Effekt aus, der die ganze Runde ändert. Und zusätzlich ist dann noch auf der Karte angegeben, eine Anzahl von Karten, die du aus deiner Hand entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn zum nächsten Spieler gibst. Das passiert gleichzeitig. Du darfst nicht sehen, welche Karten du erhältst, bevor du nicht welche weitergibst. Also in unserem Fall gegen den Uhrzeigersinn. Spieler gibt drei Karten hierhin, drei Karten hierhin, drei Karten hierhin und drei Karten hierhin. Überlegt euch gut, welche Karten ihr weitergibt, denn es gibt viele unterschiedliche Strategiemöglichkeiten. Schaut euch also gut eure Handkarten an und entscheidet dann, welche Karten ihr weitergeben wollt. So, spielt nun den allerersten Stich aus. Bei einem Stich müsst ihr nacheinander im Uhrzeigersinn eine Karte offen vor euch ablegen. Bildet keinen Stapel in der Tischmitte, damit ihr immer eure eigene Karte zuordnen könnt. Wenn jeder also eine Karte in die Tischmitte gelegt hat, wird geguckt, wer den Stich bekommt. Dazu später mehr. Und dann fängt derjenige wieder an, mit einem Stich rauszukommen, wer den Stich gewonnen hat. Das machen wir dann so lange, bis wir keine Handkarten mehr haben. Sprich, bis alle Stiche verteilt wurden. Dann endet die Runde und jeder schaut sich seinen Stichstapel an und schaut, wie viele Heiratsanträge er bekommen hat. Das sind die Symbole hier unten. Anschließend werden dann die Hochzeitsanträge hier in der ersten Spalte eingetragen. Und ihr wisst ja, ihr wollt keine bekommen. Also wer am Spielende die wenigsten Punkte hat oder Minuspunkte hat, der gewinnt Rebell Princess. So, jetzt ist die Runde vorbei. Dann werden wieder alle Karten gut gemischt. Solltet ihr eine Prinzessin benutzt haben, dazu kommen wir später. Dann ist sie so. Dann macht ihr die Karte wieder gerade. Und sie ist für die nächste Runde wieder refreshed, also einsatzbereit. Dann wird die neue Rundenkarte wieder aufgedeckt. Sie zeigt einen Effekt. Und diesmal gibt jeder von uns eine Karte im Uhrzeigersinn weiter. Und die Person, die den letzten Stich in der vorherigen Runde gewonnen hat, beginnt jetzt mit dem ersten Stich dieser Runde. Das machen wir dann fünfmal. Und wer dann hier die wenigsten Punkte hat, gewinnt das Spiel. In unserem Fall Lars. Ablauf einer Runde. Ich bin dran und der erste Stich wird gespielt. Ich spiele diese Karte aus. Jetzt ist jeder im Uhrzeigersinn dran. Die erste gespielte Karte ist Trumpf. Und die anderen Spieler müssen diese Karte bedienen. Sprich, sie müssen jetzt eine rote Karte legen. Wenn sie rot auf der Hand haben, müssen sie legen. Der Spieler hat rot und legt eine 1 hin, weil er möchte nicht diesen Stich bekommen, weil er ja nicht weiß, ob da vielleicht doch noch Minuspunkte, sprich Heiratsanträge, reingelegt werden. Dieser Spieler hat kein rot, kann dementsprechend nicht bedienen und darf eine beliebige Karte einer anderen Farbe spielen. Sprich, grün, gelb oder blau. Und er spielt blau hier in den Stich. Der Zahlenwert ist in diesem Sinne egal und es ist ein Heiratsantrag. Dieser Spieler hat noch eine rote 2, muss sie also legen, sprich bedienen. Nachdem dann jeder eine Karte ausgespielt hat, wird überprüft, wer den Stich gewonnen hat. Wer die Karte mit dem höchsten Wert der Trumpffarbe gespielt hat, in diesem Fall rot 4, gewinnt den Stich und legt all diese Karten verdeckt vor sich ab. Und hat jetzt einen Heiratsantrag bekommen, was ja ein Minuspunkt ist. Legt sie hier bei sich ab. Die gewonnenen Stiche dürft ihr jetzt bis zum Rundenende nicht mehr anschauen. Dieser Spieler hat den Stich gewonnen und beginnt als nächstes mit dem nächsten Stich. Ganz wichtig, die Prinzen sind nicht zur Party eingeladen. Darum kann zunächst ein Stich nicht mit einer Prinzenkarte begonnen werden. Sobald aber ein Spieler nicht bedienen kann, so wie gerade dieser Spieler, er konnte rot nicht bedienen und hat dann einen Prinzen reingeworfen, haben sich die Prinzen auf die Party geschlichen und von nun an bis zum Ende der Runde darf man auch den Stich mit einer Prinzenkarte beginnen. Da ja ein Prinz sich schon eingeschlichen hat, darf dieser Spieler jetzt mit einem Prinz beginnen. Jetzt muss jeder Prinz bedienen. So, die Trumpffarbe ist blau. Jeder hatte blau auf der Hand, musste bedienen. Jetzt wird geguckt, wer hat die größte Zahl. Das ist dieser Spieler und er bekommt jetzt diesen Stich. Das ist nach klar äußerst schlecht, denn er hat jetzt vier Heiratsanträge bekommen. Legt die Karten hier hin und darf sie sich erst am Rundenende wieder anschauen. Kommen wir jetzt zu den Fähigkeiten der Prinzessin. Wie schon erwähnt, fürs erste Spiel solltet ihr diese Karten weglassen, damit ihr mit dem Grundspiel erstmal klarkommt. Spielt ihr mit den Prinzessin, dürft ihr einmal pro Runde die Fähigkeit deiner Prinzessin einsetzen. Sprich, wir spielen fünf Runden, also darfst du sie fünfmal einsetzen. Wenn du das gemacht hast, tappst du sie, so um 90 Grad, jetzt ist sie erschöpft und kann in dieser Runde nicht wieder eingesetzt werden. Am Ende der Runde wird sie wieder reaktiviert, sprich gerade gestellt und sie ist für die nächste Runde einsatzbereit. Insgesamt haben wir zehn unterschiedliche Prinzessin. Habt ihr dazu Fragen, dann ab und in die Kommentare. So, kommen wir jetzt zu den Heiratsanträgen. Die Runde ist vorbei, sobald ihr alle eure Handkarten ausgespielt habt. Dann zählt ihr eure Heiratsanträge in euren Stichen. Jeder Prinz zählt dabei einen Antrag. Die Tierkarte mit der Acht, der verzauberte Prinz, also der Frosch, er zählt sage und schreibe fünf Anträge. Das ist richtig heftig. Jetzt schaut sich jeder seine Stiche an und notiert die Minuspunkte, die er bekommen hat. Kommen wir jetzt zum Spielende. Nach der fünften Runde ist die Party vorbei und die Person mit den wenigsten Anträgen gewinnt. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zu den Rundenkarten. Davon gibt es ja insgesamt 21 und sie bieten oft zusätzliche Regeln. Diese zusätzlichen Regeln haben Vorrang zu den Regeln vom Grundspiel. Außerdem zeigen sie ihr an, welche Karten und wie weitergegeben werden. Hier musst du eine Karte im Uhrzeigersinn geben und eine Karte gegen den Uhrzeigersinn. Hier zwei Karten im Uhrzeigersinn weitergeben und hier eine Karte gegen den Uhrzeigersinn weitergeben. Ihr könnt diese Karten komplett zufällig zusammenstellen oder ihr wählt extra welche aus. Zusätzlich gibt es hier noch eine Sanduhr auf manchen Karten. Dieses Symbol zeigt an, dass diese Karte besonders gut geeignet ist für die fünfte Runde, sprich für die letzte. So, das war auch schon die Regelerklärung zu Rebell Princess. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr zu irgendeiner Karte, zu dem Spiel oder zu irgendwas irgendwelche Fragen? Dann ab unten in die Kommentare. Ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße. Ciao.